Kim Lian erreicht mit ihrem Channel auf YouTube Hunderttausende. Täglich steigt die Zahl ihrer Abonnenten. Die Hunderttausend, die jetzt vor kurzem, die waren auch der absolute Wahnsinn. Stephanie Davis, Österreichs sportlichstes Fitnessmodel Number One, ist mit über 800.000 Fans der Rising Star am Facebook-Himmel. Das ist eben wie ein Traum für mich zur Zeit, was ich gerade durchlebe. Einen Traum, den auch Tatjana Katic lebt. Sie ist mit über 730.000 Abonnenten Österreichs Instagram-Queen. Die Fans folgen dem oberösterreichischen Shooting-Star um die Welt. Aber der Erfolg hat auch seine Schattenseiten.